Diese Burg war früher in Bord der Wingings. Ich habe mal gehört, dass dieser Raum früher der Ort für eine Zeremonie war, bei der irgendetwas eingesperrt wurde. Aber das war vor über 10.000 Jahren. Okay. Kann das nicht der Grund für den Angriff des Butterdrachen auf den Crystal Pass sein? Mit anderen Worten, vielleicht versucht er seinen Hass auf die Wingings abzureagieren? Warum bist du alleine hierher gekommen? Wurde du wieder berufen, wie damals mit dem Virage? Nein. Diesmal war es anders. Ich bin aufgewacht und war hier. Mir ist heiß. Jetzt ist es weg. Was? Was ist das? Ich kann es nicht mehr beherrschen. Ich spüre die Macht des weißeren Dagen nicht. Du bist auch ein Dragoon? Nicht? Dragoon Spirits, Manipoli und der Schicksal. Ich kann nicht mehr... Shana! Hey, was ist los? Was ist das für ein Stein? What the f... Ich verstehe. Ich bin auch unmächtig geworden. Bist du in Ordnung? Ja, aber ich glaube, dass ich nicht weiter mitreisen kann. Aber ich glaube nicht, dass ich weiter mitreisen kann. In deinem Zustand kannst du nichts ausrichten. Ich wüsste es, seit dem Tag, an dem ich den Mond wie fern ist. Ich war sicher, dass mir das passieren würde. Wir kommen wieder, sobald wir den Götterdach besiegt haben. Und du wartest hier auf mich, okay? Mach doch mal wieder! Schana! Ich gebe mir alle Mühe für dich, Schana. Komm, halt auch! Das dauert nicht, dann. Dad ist bald wieder bei dir, Schana. Kleine Schana, ich bin es gewohnt zu warten. Aber ich danke euch allen. Ich bin das nicht, ich bin es. Ich bin es. Wir kommen jetzt auch. Wir kommen jetzt. Bitte passt gut auf. Die anderen auch. Ich weiß. äh, gut, ja, Miranda wurde mit Shana auch getauscht, äh, ja, aber sie haben ein gleicher Wohnlevel, in welchem Level, die gleiche Haftanzahl, ist ein, der von den Bärten hat genau dasselbe, nur ich drücke wieder, dass der alles wunderbar ist, damit das gefällt mir ist, boah, äh, nur anders aussehen, oder? Oh, genau. Irgendwas gehen. Nö. Ich hab genau die ... Gut. Gehen wir los. also wir sind in den immer grünen um dort zu gehen gut 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 das ist gut das ist wunderbar dann kann ich vielleicht noch mal der Camille vorbei ich will euch den schließlich auch zeigen und der kann sich nicht gut fahren und vielleicht noch nicht die 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 nochmal gut dort hinten gehen wir noch mal hin zu Nichts. Ich brauche hier das Wandersehen zu essen. Komm! Toll! Ah, wer war das? Ja, mach mal. Ach, die ist halt halbe gewesen. Ah ja, komm, das ist jetzt langsam. Ah, gut. Das ist echt noch nicht jung. Oh, wieso schlägst du mich noch dazu? Jetzt rein ist es nicht. Das schlägt schon ab, oder? Oh, Gott, 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 Gott. Oh, Gott. Okay. Ähm, ja. Kann ich auch mal, äh, Pippe? Gut, dann. Ja! Ja! Das soll sie haben! Tot? Okay. Na, du, oder nicht? Ja. Ja! Ja! Nein! Nein! Nichts! Nichts! Sie ist weg! Oh, nein. Explosions-Pack! Schlecht! Vorbei! Vorbei! Ha, ha, ha! Schlechter Schütze! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Nein! Nicht vorbei! Oh, komm. Oh, nein! Oh, nein! Ich bin so küsst du mich da weit. Ich bin so küsst! Gut. Oh, gut. Dann wäre er das auch angeblich. Ich frage mich, ob ich Konrad nicht trotzdem hinlegen kann. Ich meine, wenn er schneller ist, dann ist er nicht auch besser. Ich gebe ihn ein. Ja. Es ist zwar schön, wenn er falsamer stirbt, bei soviel Leben, in dem Bier geboren wird, aber die ganze Zeit zu maßig sein. Ja. Ich kann ewig auch wieder was kurz zum Köpeln noch räuberin. So. Weiter geht's. Komm, du, komm. Ich hoffe, ich kann das eventuell. Ich werde ein bisschen dumm. Oh, wo war das noch? Ich weiß nicht, oder? Mal, Kapkan. Guck mal, schau mal hier. Da! Jawel, da ist er da. Also, kann ich aber. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich weiß nicht. 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 ja 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 du ja ich du du 5 ja unter dann dann ja ich glaube ich war so meine standart ich muss sterben wo das kann und sehen die alle endlich haben die ich schnapp ihn mir und bekomme die fünffache prämie ich will aufhören es geht hier wohl zu er war nicht kam es war nicht kam man muss schon und anders man starten